Rentner in Deutschland sollen noch freiwillig mehr arbeiten. Das ist eine neue Forderung der FDP mit Blick auf zum Beispiel auch das Rentenalter auf 72 anzuheben. Und das vor allem auch schon zeitnah. Wir schauen uns jetzt aber auch mal ein paar Studien und Ergebnisse dazu an und auch ein paar Umfragen, die eigentlich ganz klar belegen, dass viele Rentner heute noch arbeiten. Wir schauen uns vor allem jetzt auch mal an, was die FDP hier fordert, was sich das für dich am Ende die Auswirkungen sein könnten. Plus zudem natürlich auch die spannende Frage, naja, welche Modelle könnte man eigentlich hier fahren? Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video hier von Steuern mit Kopf auf YouTube. Und hier muss man ganz klar sagen, Menschen sollen freiwillig mehr arbeiten. FDP bringt hier die Rente mit 72 ins Spiel. Hintergrund ist natürlich die aktuelle Problematik mit Blick auf die entsprechenden Babyboomer, die in Rente gehen. Plus an der Stelle natürlich auch die immer stärker steigende Belastung des Sozialhaushaltes durch. Natürlich primär, ja, auch muss man ganz ehrlich sagen, faule Bürgergeldempfänger, aber natürlich auch Rentner, die hier, sag ich mal, eventuell in Frührente gehen. Ganz klar ist natürlich, die Frührentner ist etwas anderes als jemand, der, sag ich mal, sich in der sozialen Hängematte im Bürgergeld es gemütlich macht. Aber hier muss man durchaus sagen, hier muss ein Stopp im Sozialstaat her. So sagt hier zum Beispiel natürlich der FDP-Bundestagsabgeordnete, wir sollten im Zusammenhang mit dieser Reform auch gleichzeitig eine Flexibilisierung des Renteneintrittsalters beschließen, dass Menschen freiwillig länger arbeiten. Bei seiner Forderung hier nach einer flexiblen Rente nannte Dürr entsprechend auch Schweden als Vorbild. Im Gegensatz zu Deutschland gibt es dort kein einheitliches Renteneintrittsalter. Stattdessen gibt es ein flexibles Modell, mit dem Renteneintritt ab frühestens 62 Jahren möglich ist. Das gelte nicht mehr, da gelten nicht mehr diese starren Entwürfe nach dem Motto, jeder Mensch ist gleich, jeder geht mit 65, mit 67 in Rente. Wer Lust hat länger zu arbeiten, für den lohnt sich das. Und zwar FDP erwiegt hier, wie gesagt, die aktuelle Rente auf 70 oder 72 zu erhöhen. Warum sollte ich jemanden verbieten, mit 70 oder 72 noch zu arbeiten? Das wäre ja verrückt. Jetzt ist es durchaus so, die Forderung ist ja nicht neu. Das ist übrigens der Herr Dürr, das habt ihr wahrscheinlich auch auf dem entsprechenden Thumbnail hier dazu gesehen. Und die FDP spricht natürlich hier für eine strukturelle, ganz einfach, ganz klare Meinung aus, dass das Ganze ja strukturell reformiert werden soll. Und vor allem natürlich auch hier, dass die Rente nicht über Beiträge und Steuern die Gehälter der Menschen auffrisst. Schwesig geht natürlich hier gerade in die Konfrontation und sagt ganz klar, jetzt noch einmal massiv die Rentenausgaben erhöhen will, obwohl wir vor dem Alterungsschub stehen, denn es jemals gab, hatte Dürr gegenüber hier auch der entsprechenden, ganz einfach Bild am Sonntag gesagt. Und Frau Schwesig und Hubertus Heil natürlich an der Stelle hier fassungslos. Hintergrund ist natürlich an der Stelle, weil man hier durchaus hier, ja sag ich mal, seine politische Agenda weiter vordrücken will. Und vor allem natürlich die SPD in der Vergangenheit durchaus durch natürlich die Renten ja massiv gewonnen hat. Und das Problem ist, hier muss man natürlich auch sichern, dass die weiterhin nächstes Jahr vor allem wieder die SPD wählen. Und jetzt ist es so, es gibt ja durchaus schon so Themen, wo man sagt, okay, da könnte man mit einer steuerfreien Aktivrente, sag ich mal, arbeiten. Die würde es ja möglich machen, wenn man sagt, okay, man geht früher in Rente und, oder geht natürlich, sag ich mal, in Rente und arbeitet trotzdem Vollzeit weiter. Hier übrigens kommen wir gleich dazu, es ist durchaus auch möglich, während der Rente weiter zu arbeiten. Das nur mal so an der Stelle. Eine spannende Studie, die es aber auch gibt und sagt hier, wer in der Rente arbeitet, ist glücklicher. Studie befragt Senioren und liefert überraschendes Ergebnis. Und weil die Rente derzeit natürlich hier, ja sag ich mal, in Rente gehen und natürlich dann auch noch arbeiten, muss man natürlich die Fragen stellen, naja, was würde denn natürlich hier entsprechend, ja sag ich mal, sich auf die Leute auswirken. Und zwar laut dem Institut der deutschen Wirtschaft stieg die durchschnittliche Lebenszufriedenheit zwischen 2005 und 2021, immerhin von 6,8 auf 7,4 Skalenpunkte, zwischen knapp 14.000 und gut 30.000 Personen wurden dafür befragt. Ja, wie zufrieden sind sie gegenwärtig, alles in allem, mit ihrem Leben. Die Befragten ordnen sich hier 10-stufig natürlich mit 0 bis 10 ein. Und das überraschende Ergebnis, besonders zufrieden zeigten sich die noch, noch, also ganz wichtig, noch arbeitenden Menschen zwischen 66 und 70. Und das sind die sogenannten Silver, Server, Surfer. Und warum ist das so? Und warum ist es auch so, dass vor allem auch viele Unternehmer länger leben und vor allem auch natürlich länger arbeiten und damit länger fit sind? Hintergrund ist natürlich an der Stelle, ist vor allem auch das soziale Gefüge. Denn hier zum Beispiel Routinen brechen bei Eintritt weg. Und das ist eines der größten Probleme, was man immer wieder hat, dass man sagt, hey, wenn ich keine Routine mehr habe, dann, ja, lebe ich so den Tag hinein und sitze vielleicht um 5 vor 8 schon mit dem Arzt. Und dann im Grunde, ja, suhle ich mich immer ein Wehwehchen. Natürlich, wie gesagt, es gibt Personen, die da angeschlagen sind. Aber ein Arbeitsplatz gibt den Menschen die Möglichkeit, sich auszutauschen, einen Kaffee, eine Pause, einen Kaffee zu trinken und gemeinsam etwas zu generieren. Dieses soziale Netz fehlt, wenn Menschen in den Ruhestand gehen, heißt es in der Pressemitteilung. Und da ist es natürlich jetzt nicht nur, und das wird jetzt hier auch unterschieden, wo ich auch selber die Erfahrung hatte, zum Beispiel bei meinen Mandanten. Also ich habe zum Beispiel früher einen Mandanten gehabt, das war ein Autohaus, ist dann irgendwann an den Sohn übergegangen. Und da war es auch so, dass im Grunde, ich glaube, bis einen Monat vor dem Tod, und der ist natürlich irgendwas mit 84 oder sowas, ist der Vater dann gestorben, ist der wirklich jeden Tag ab 8 Uhr in der Früh, ist der auch nach der Übergabe noch durchgegangen, in der Rente, hat im Großen und Ganzen einfach noch so, hat jeden Tag reingeschaut und war jeden Tag nach dem Frühstück, war er da, bis Mittags und Nachmittags hat er dann im Großen und Ganzen was mit den Enkeln gemacht. Also, und da war es dann so, dass der auch trotz dessen Jahre, also hier, sage ich mal, ich glaube, 60, 65 oder sowas hat er übergeben, ist er dann noch hier die letzten knapp 20 Jahre jeden Tag in das Unternehmen gekommen und hat dann hier jeden Tag im Grunde immer noch gearbeitet. Aber natürlich nicht mehr so, dass er sagt, er hat jetzt noch am Auto rumgeschraubt oder er hat Verkäufergespräche geführt, ab und zu war es dann so. Also, ich war selbst bei dem, weil ich früher auch mal ein Auto von denen hatte, bin ich mit dem Hund hin, dann ist er gekommen und hat gesagt, ah, war warmer Tag und so weiter, ich bringe ihn und ihrem Hund mal was zu trinken. Und dann hat er so kleine Serviceleistungen, einfach bloß freundlich sich mit den Leuten unterhalten und das könnte durchaus helfen. Wie gesagt, es geht jetzt nicht darum, dass man hier gleich hinterher geht, ja, aber der Dachdecker kann nicht mehr mit 70 hier im Grunde aufs Dach rauf. Da muss man aber auch ganz klar fragen, wie gesagt, welche Tätigkeiten gibt es denn? Und ich bin durchaus natürlich da schon eher positiv gestimmt, dass man sagt, okay, es würde den Menschen helfen, länger eine Aufgabe zu haben. Jetzt werden wir natürlich auch sagen, ja, arbeiten und so weiter, Vorsicht, aber auch hier gibt es eine Arbeit, die oftmals vergessen wird. Denn auch da habe ich es zum Beispiel im näheren Umfeld jetzt mitbekommen, dass auch hier die ältere Generation ganz klar sagt, naja, wenn ich mich zum Beispiel um die Enkelkinder kümmere oder wenn ich zum Beispiel, also, was weiß ich, mich um den Haushalt theoretisch bei meinen Kindern immer noch kümmere. Also haben wir zum Beispiel eine Mandantin, die sagt also, sie hat, ihre Mutter war sterbensunglücklich in der Rente und hat nicht mehr gewusst, was sie machen soll. Dann hat sie gesagt, hey, ich habe da jetzt mit dem Großen und Ganzen viel zu tun, Kinder, alles Mögliche, die baut jetzt auch gerade die Unternehmen weiter auf. Und dann hat sie gesagt, ab dem Tag, wo sie gesagt hat, hey Mama, magst du nicht einfach vielleicht mittags immer die Tochter vom Kindergarten abholen und für die dann kochen und so weiter und so fort. Und sie hat gesagt, ab dem Zeitpunkt war es wirklich eine 180 Grad Drehung. Okay, sie war wieder glücklich, war wieder komplett happy und alles Mögliche und super. Und da muss man sich schon die Frage stellen, geht es jetzt hier darum, die Leute wirklich in Zwangsarbeit zu drücken? Meines Erachtens nicht. Meines Erachtens ist es viel mehr der Hintergrund, wo man sagt, die Leute brauchen auch im hohen Alter eine Beschäftigung. Sei sie jetzt im sozialen Umfeld, in der Familie oder im Großen und Ganzen sonst irgendwas. Solange man natürlich nicht in diesen unroutinierten Tagesablauf reinkommt, kann man auch hier, wie gesagt, also das ist meine persönliche Einschätzung, ist das, was ich jetzt so aus meinem Mandantenkreis mitbekomme, dass die Menschen im Alter auch glücklicher sind, die eine gewisse Aufgabe haben. Und ich muss aber trotzdem sagen, wenn man die Leute zum Arbeiten bringen will, dann muss man ihnen trotzdem was geben. Denn ganz klar ist, was viele immer sagen, ja, aber das kann man doch jetzt schon, klar kann man jetzt auch schon dazu verdienen. Aber was das Problem ist, ist, dass natürlich hier die Rente aus Sozialleistung gezahlt wird, die man bekommt und da sagen viele Leute, ja, das habe ich mir erarbeitet, warum soll ich da noch arbeiten? Weil nämlich, wenn ich jetzt einen Hinzuverdienst habe, dann muss ich ja einen Teil von meiner Rente hier wieder abgeben. Weil es dann heißt, ja, ich habe dann hier doch diese Rente und gleichzeitig muss ich Steuern zahlen, also bleibt mir dann weniger. Und das ist auch wieder das, wo man ganz klar sagen muss, das ist dann etwas, was natürlich nicht nur die Reichen trifft, die sagen, naja, mache ich jetzt mehr und die, sage ich mal, die jetzt aktuell, ja, sage ich mal, in der aktuellen Krise durchaus sogar Stunden reduzieren, sondern gleiches Gehalt, weniger Stunden, bin ich auch zufrieden. Sondern da muss man sagen, dass hier ganz klar der Vordergrund wäre, Spaß und soziale Kontakte hier weiterzuarbeiten, gleichzeitig aber, dass auch mit der Aktivrente, die man zum Beispiel, was weiß ich, bis 2000 Euro brutto im Monat steuerfrei stellen könnte. Und nein, das Ganze würde keine zusätzliche Bürokratie bringen. Warum? Weil zum Beispiel jetzt schon Personen, die über das 67. Lebensjahr hinaus arbeiten, zum Beispiel von der Rentenversicherung befreit sind. Das heißt, die müssen das nicht mehr zahlen. Das heißt, die Möglichkeit ist schon gegeben. Und sind wir mal ganz ehrlich, einen Freibetrag einzuführen oder hier grundsätzlich auch zu sagen, jemand, der arbeitet über das 67. Lebensjahr hinaus, gibt es schon. Nämlich der sogenannte Alters-Einkünfte-Betrag, der immer abgezogen wird. Der ist natürlich minimal, sind immer bloß ein paar Tausend Euro im Jahr. Aber den könnte man auch erinnern, dass man sagt, okay, wer zum Beispiel hier eine Rente hat, plus nebenbei noch Einkünfte aus nicht-selbstständiger Arbeit, der darf hier zum Beispiel 24.000 Euro im Jahr steuerfrei, sag ich mal, verdienen. Jetzt ist es aber noch ein Thema. Und zwar ganz klar ist es auch schon mal so, dass man nicht vergessen darf, weil viele immer gleich argumentieren. Ja, aber da würden ja dann eine bestimmte Personengruppe bevorzugt werden. Naja, das ist auch heute schon so in vielen steuerlichen Regularien, wo bestimmte Personengruppen bevorzugt werden. Denn zum Beispiel muss ich ganz klar sagen, dass zum Beispiel bei uns in der Branche sind, sag ich mal, Nacht- und Wochenend- und Feiertagszuschläge eher selten. Da muss ich ganz klar sagen, ja, warum kriegen wir die eigentlich nicht? Weil ist ja an der Stelle auch so, dass man ganz klar sagt, naja, wenn jetzt jemand in der Schicht in der Nacht arbeitet oder sagt, er will jetzt in der Nacht arbeiten, da ist natürlich das Thema, wieso werden wir hier benachteiligt, wenn wir keinen Schichtdienst in der Nacht haben? Muss man hier ganz klar in Frage stellen. Wie gesagt, ist jetzt sehr weit hergeholt, ich weiß. Aber nur mal so, dass bestimmte Gruppen und bestimmte Branchen jetzt schon bevorzugt werden. Oder zum Beispiel auch, wie gesagt, was ja auch war mit bestimmten Förderungen hin und drei, das Einkommenssteuergesetz, das gibt es bereits. Und da ist die Frage, was würde unserem System besser tun, wenn wir sagen, okay, wir haben jetzt eine höhere Produktivität, wo wir übrigens in Deutschland ein massives Produktivitätsproblem haben. Gleichzeitig würde man den Arbeitsmarkt hier natürlich weiter fluten mit natürlich neuem Personal. Man würde dem Fachkräftemangel entgegenwirken. Man würde zudem, und das, wie gesagt, ist meine persönliche Einschätzung, ich denke, sicherlich gibt es auch Studien, die das belegen würden, dass man auch hergeht und sagt, okay, man hat hier natürlich auch noch die Möglichkeit, dass die Leute länger fit sind. Und ich weiß, wie gesagt, es gibt dann diejenigen, die ein sehr unglückliches Leben in ihrer Arbeit haben, aber da gibt es ganz echt die Möglichkeit, wenn du mit deiner Arbeit unzufrieden bist, dann kündige, mach was anderes, wenn du so wichtig bist. Dann ist es natürlich so, dass man aber auch noch sagen muss, hier gibt es ein weiteres Problem. Und das ist das, was ich glaube ich für das Größte ist, was vor allem hier in der SPD und der Union auch noch nicht ganz klar ist, und zwar hier der sogenannte Brain Drain. Der Brain Drain, der beschreibt im Großen und Ganzen etwas, wenn zum Beispiel bestimmte natürlich Personen hier im Grunde aus einem Land, aus einem Unternehmen weggehen und sich dann irgendwo anders niederlassen. Denn das Brain, das vorhanden ist, also das kann, wie gesagt, beim Handwerker sein, der kann eine bestimmte Technik, kann ja so gut, kann in bestimmten Tempo, was weiß ich, Rohre verlegen, Dachdecken, wie gesagt, oder die Pflegekraft, die auch, sag ich mal, schon sehr gut ausgebildet ist und hier weiß, okay, wie Medikationen, wie sie schnellsten Kommunikationswege hat oder auch, sag ich mal, Verbindungen. Hier, wo man auch ganz klar sagt, hey, wir haben ja an der Stelle vielleicht einen Kooperationspartner oder einen Geschäftspartner, die kann sehr gut mit dieser Person und wenn die weggeht, dann wäre es natürlich eher ungut. Also hier auch natürlich das Thema, wo man ganz klar sagt, naja, da hätte man hier durchaus auch einen wirtschaftlichen Vorteil. Und wie gesagt, auch im Ausland ist das immer häufiger der Fall, wie gesagt, ihr wisst ja, Schweden habe ich vorhin erzählt, flexibles Renteneintrittsalter, weil man hier natürlich durchaus etwas gegensteuern kann. Und die Frage ist natürlich auch, ich weiß, es gibt viele Personen, die heute schon ihrem Renteneintrittsalter entgegenfiebern, aber ich sag's dir mal ganz ehrlich, wenn du das machst, dann solltest du lieber auch sofort kündigen und dir einen neuen Job suchen, denn ich sag's mal so, 30, 20, 30, 40 Jahre können eine sehr lange Zeit sein, wenn man unglücklich ist. Und vor allem auch die Rente kann sehr unglücklich sein, wenn man im Großen und Ganzen keine Aufgabe hat, sondern nur im Grunde von Monat zu Monat lebt und natürlich keinerlei Tätigkeit und Bedeutung mehr hat.